Heyo Leute, CrimeX hier. Was geht ab? Ich bin Paul Berger. Heute gibt es mal wieder eine XXL-Mega-Rampe mit fünf YouTubern. Lasst ein Like und ein Abo da und let's go. Ist das eine Eisrampe? Junge, es schneit. Es ist Weihnacht. Es ist ein... Jung... Es ist doch Sommer, Junge. Weihnachten. Es ist Weihnachten. Let's go. Es ist schon Weihnachten. Schau mal runter. Nein. Oh mein Gott. Achtung, da ist ein Flugzeug. Oh mein Gott, ist das eine eklige Rampe. Oh mein Gott. Oh mein Gott, war das knapp. Oh nein, 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 der hat mich erwischt. Der hat mich erwischt. Welches? Ach du heilige. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Nein. Ist das krank. Warte, seid mal ehrlich. Hier stand der Einzige in dem Auto noch. Ich bin da runtergefallen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Die Noobs haben es wieder nicht geschafft. Oh, ich wollte Ente runterkicken. Nicht selber, Wurzler. Jungs, wir müssen nicht respawnen. Oh, ohne respawnen? Okay. Oh mein... Bro, mein Auto dreht durch. Ja, mein Auto dreht auch durch. Der ist gut. Das ist ein Drift-Race hier. Ey, wer war das hinter mir? Bro, ich... Das bin ich. Ich bin Geld, Bro. Okay, jetzt komme ich, Leute. Ey, Stani, mein Bro. Du wirst gar nicht, dass Arnold farbenblind ist, Junge. Ich glaube, Stani würde das heute wegen Windrädern ausrasten. Ja, ja, ja. Ich glaube, der wird gleich mit Flugzeug die Windräder sabotieren. Bro, die Windräder, das ist auch... Ich sage ehrlich, Bro, das ist nur Glück. Also niemand kann mir sagen, dass man da groß was teilt. Ja, man kann es ein bisschen abschätzen, aber... Boah, also ich... Ich bretter einfach nur durch. Ich auch, ich auch. Oh mein Gott. Bin mal gespannt, Jungs. Wurdet ihr noch nicht einmal vor dem Windrad getroffen, oder? Bis jetzt nicht. So. Oh mein Gott. Wer... Army wollte... Okay, Army, Army. Schiff, Mist, Mist, Mist. Army, du ekliger. Ich hab probiert. Army, du ekliger Esel. Ja, ich bin der Blutzeug. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Esel, Army. Leute, Stani ist wieder hinter mir. Bro, der Klappe endet Bruchstieler. Warte mal. Ich bin einfach schlechter als Ente. Was geht? Was geht? Max auch gedriftet. Bro, man wird ja einfach so komplett nach hinten geschoben. Gut, also Ente, äh, gut, Ente, ich werd gleich auf links. Ente, mach, weiter. Man muss hier auch aufpassen, wir sabotieren nicht, dass du einen gegen Windrad fährst. Ja, 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 ja. Bro, dieses letzte Windrad trifft ich zehnmal, Alter. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ist das. Jetzt ist lustig, jetzt ist lustig. Jetzt, oh mein Gott. Oh mein... Bro, mit LKW ist ja so eklig. Ach du, Alter. Wenn da jetzt so ein Boost kommt oder so, vorbeuele Musine. Jungs, Dark Nemesis, Dark Nemesis wurde confirmed. Ja, das ist jetzt schon Dark Nemesis. Also, LKW ist eklig, da durchzudingen. Max, pass auf! Ja! Oha! Easy! Erste Windrad. Ja, er ist auch geschafft, er ist auch geschafft. Jetzt hat man nicht mehr vom Gas runter, weil ich glaube, wenn man das erste schafft, dann kann man auch noch aufgeschafft. Bro, man muss einfach durchbreddern, man muss breddern. Bro, Stani. Warum? Nein! Nein! Stani! 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 Nein, warte mal, warte mal, warte mal, großartig, du warst schuld. Ja! Mit Bayblade runter, du Schwindrad! Ja, Bro, weil ich bin nicht durch Stani gestorben, sondern wegen dir. Ja, aber weil Stani nicht abgebremst hat, Bro, wieso ich mit einem LKW da abbremsen? Ich bin doch direkt hinter dir. Wenn dein Flugzeug nicht stoppt, bin ich genauso weg. Ja, Armin, ich fühle dich jetzt so cool, Alter. Er fühlt sich absolut cool. Hey, Jungs, ich war in Bayblade, ich wurde getroffen, Windrad, aber meiner ist noch einfach runtergerutscht. Oh mein Gott, ich hab's geschafft, LKW, wichtig, 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 wichtig. Oh mein Gott, jetzt fühlt er sich, er fühlt sich, er fühlt sich. Das ist ein geiles Gefühl, oder? Das ist ein sehr gutes Gefühl. Oh, meine Minimaps gar nicht an, merke ich gerade, aber egal. Ah, tschüss, Roussac. Hallo, Freunde. Oh mein Gott. Hey, Max, was solltet ihr da? Ähm, Bro, das war Armin, Bro, Bro. Nein, ich bin im Auto. Ente, du wurdest vom Windrad mit dem Flugzeug erwischt. Nein, oh, Bro, ich bin so gedriftet. Ey, aber ihr macht alle keinen Respawn oben, oder? Nee. Okay. Nur, wenn mich das Windrad trifft. Ja, Ente ist so doof. Der wird schon zum zweiten Mal vom Windrad getroffen. Du verstehst nicht. Flieg einfach oben weiter drüber. Das Windrad macht kaputt. Okay, man kann ja drüber fliegen. Ach so, Ente. Wusstest du das nicht? Bro, Ente ist ja so lost, Junge. Kein Wunder, dass du eine Ente bist. Ja, Bono. Ente! Maxi, soll ich dich sabotieren, ihr? Oh mein Gott. Du eklige. Oh mein Gott. Wer war das? Wer war das im roten Chat? Ich glaube, das war rustig. Okay, rustig. Nein, das soll der andere. Okay, Bro, er hat wirklich ganz unten. Ach so, rustig. Okay, okay, okay. Digga, ich hab's gesehen. Ich hab's gesehen. Ich hab's gesehen, Wax. Gut, rustig. Ich hab's gesehen. Bro, ich hab's gesehen. Bro, bro. Ist das ehrenlos. Ist das ehrenlos. Okay, Bro. Ich geh auf die Arme. Ich geh auf die Arme. Ey, Bro, jetzt bleib ich noch bei... Ach, der, ja. Ey, sorry, Maxi, ich hab dich nicht gesehen. Ja, Bro, ist mir egal. Wie? Oh, Maxi. Gut, Amir, Russik, okay. Gut, okay. Gut, gut. Gut, mehr als... Ich hab mal wieder auf Ente gegangen. Du warst hinter Ente. Was kann ich dafür? Ja, wir müssen doch auf uns gehen, Jungs. Was soll ich denn sein? Was soll ich denn sonst machen? Bro, Bro. Liegt doch auf den rosa Rakete. Okay, ich muss ehrlich sagen, Amir, ich bin, Amir bin ich nicht sauer. Aber Russik, Russik war so, Russik war eklig. Ja, Russik hat das immer aus. Du hast ganz unten sabotiert. Bro, Russik hat... Ey, schon wieder, Ente geht doch mal aus dem Weg, ey. Ich schreie, ich schreie, ich schreie, ich schreie, ich schreie. Bro, ey, Ente, du hast jetzt mich vorfahren mit deinem LKW da. Ich bin auch auf Ente, oder wie? Ja, Bro, weil Ente die ganze Zeit im Weg rum... Nein. Das zieht... Ey, Dänger. Und denn... Oh, mein Gott. Gut, Leute, das war jetzt zweimal. Russik, ist mir egal. Bro, es ist mir egal. Wenn ich bitte, dass ich nicht unten im Flieger ankomme. Ja, ich bin so. Aber warte mal, habt ihr gerade die Sabotage gesehen? Ich habe jeden von euch erwischt. Jetzt reicht es mir. Ja, aber du hast mich nur zurückgeschubst ein bisschen. Ja, 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 das war... So, Russik, sollte besser hoffen, dass ich nicht unten ankomme. Oh, Minzleiß hat nicht gut. Ach, Bro, wirklich, wirklich, es lief so gut, es lief so gut, Leute. Oh, mein Gott, ja, ich hab's wieder geschafft. Let's go, meine Freunde. Das war die Meistersabotierung. Ich wurde einfach fünfmal sabotiert gerade, ey. Ja, zweimal Ente mit LKW, einmal Amir, nochmal Russik. Jungs, ich hab dich gerade ganz oben sabotiert. Bro, ist doch egal. Tschüss, Charlie. Tschüss. Und einmal ganz unten, ist mir egal. Nein. Oh mein Gott, du hast mich trotzdem... Ja, ich hab Russik sabotiert, Max. Ja, das ist schön, aber... Ja, das ist schön zu wissen, Amir, aber das hat noch nichts mit meiner Rache zu tun. Weil ich bin jetzt erst im Flieger angekommen. Ah, okay, gut, okay, Russik ist zum Glück nicht auf dem Ersten. Will ich doch mal noch den Vorsprung ein bisschen erhöhen für Amir. Oh, warte, das war Stani. Oh, sorry, warte, das war Stani. Ich dachte, es wäre rot, sorry. Ich kann dieses... Oh mein Gott. Ich kann dieses Rot und Pink so schwer unterscheiden. Hat der gerade das Stani sabotiert? Ja, das muss irgendwas gut sein. Ja, aber man muss dazu sagen, ich hab wirklich gedacht, es wäre rot, muss man ehrlich sagen. Warum soll ich auf Stani gehen? Ich hab Hass auf Russik, ey. Warum soll ich das machen? Ah, das stimmt, das stimmt, gute Aussage. Ja, ich weiß, das könnte auch so falsche Flagge sein, die er jetzt macht. Falsche Flagge, bro, er weiß doch ganz genau, dass ich kein LKW hab. Bro, Stani, bei dem, was gerade passiert ist, warum sollte ich in dich reinfliegen? Ja, aber du weißt doch ganz genau, dass er kein LKW hat. Ja, ja, genau. Bro, ich weiß aber nicht, was er für ein Auto hat, vielleicht wiederholt sich's. Ich hab gedacht, du wärst rot, bro. Ja, ja, die Ausreden. Na, Digga, ich werde jetzt von jedem Windrad mitgenommen, Digga. Sehr gut, ich habe die Windräder sabotiert. Oh mein Gott. Ich hab die Windräder auf Russik abgestellt. Oh, weißt du, wer ist jetzt denn LKW geschafft? Ich bin dritter einfach, ey. Nein, nein. So, durchgereicht. Nein, bitte, Max, bitte, was bitte? So. Ich glaub, wir haben Max grad zum Rage, also Max ist glaub ich grad. Ich bin Rage-Mode. Max ist sauer, aber okay. Könnt ihr auch mal Arme sabotieren? Oh, gringo, ist sauer. Oh, a, a, Max ist sauer. Bro, du hast mich zweimal sabotiert, rede bitte nicht. Rede nicht, Russik. Max, bro. So. Zack. Ne, jetzt einmal. Jetzt einmal. Das war eins von zwei. Nein, 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 nein. Oh mein Gott. Digga, ich sag dir ehrlich, wir pro Sack immer doppelt. Boah. Wir pro Sack immer doppelt. Ne, er hat mich auch zweimal sabotiert. Dann müsst ihr ihn ja viermal sabotieren. Aber wir können ja auch Arme sabotieren, ganz vorne. Hab die grad versucht, hab die grad echt zweimal versucht. Okay, gut. Ich hab's aber nicht geschafft. Schade, Ente. Warte. Nächstes Mal dann. Schade. Ente ist auch schlecht. Schlecht. Oh mein Gott. Der ist hinter mir. Der ist hinter mir. Der ist hinter mir. Der ist hinter mir. Stani, warum bist du hinter Ente? Was denn da ist? Der ist hinter mir. Der ist hinter mir. Der ist hinter mir. Bro, Bro. Ich bin echt der letzte. Bro, ich bin echt der letzte. Ente ist vor mir, Bro. Bei Seite, Russik. Ich bin echt der letzte. Ich bin echt der letzte. Ich bin echt der letzte. Ente ist dritter. Ente ist dritter. Das ist deine Rampe, Bro. Ich hab gewonnen. Gut, dass Ente auf einer Rampe gut ist, wo man nur gerade ausfahren muss, dachte ich mir schon. Boah, Ente ist aber der vierte. Und Ente ist gleich letzter. Ente ist gleich letzter. Alles gut, Jungs. Oh, schade. Ente gewinnt. So, zack. Ente gewinnt einfach die Rampe. Stell dich mal vor. Nein, nein, nein. Alter. Aber ich Ente ist doppelte Geldzahlen sogar. Das hat Ente nicht drauf. Nein. Oh mein Gott. Das war krass. Also, ich werd dich nicht mehr... Das war... Du hast deinen Karma gekriegt, du. Alles gut. Ich hab beim letzten... Tschüss, Ente. Max. Das reicht nicht. Sorry, Bro. Jemand muss hier mal Army ein bisschen stoppen. Ja, Army muss durchgestoppt werden. Ey, Russik ist letzter. Stark. Bro, ich bin einfach letzter. Das hab ich gesagt. Du bist schlechter als ich. Sorry, Bro, Bro. Was soll ich sagen? Bro, hey, du hast mich auch von einmal sabotiert wegen Ente. Ja, was war wegen Ente? Indirekte Sabotage. Wieso werde ich die ganze sabotieren? Ich bin doch schon letzter. Oh, Schadorus. Was du das, wusste ich nicht. Sorry. Bei welchem Auto bist du Army? Äh, keine Ahnung. Äh, 19 von 28. Aha. Und du? Sehr interessante... Sehr interessant, diese. Ich... Beste. Bin... Auch bei 19. Von 21. Oder was ist es? Ich... Ich schäme mich auch, Bro. Oh, super Tipps, Bro. Wieso? Wieso? Wiener mich? Bro, Bro. Bist du runtergefallen? Hä? Ja. Bro, statt... Statt dass er mich sabotieren... Ach, du bist letzter! Ich dachte, du bist zweiter oder dritter! Fünfter Platz! Ey, Ro... Sorry! Sorry! Wenn wir Russack brechen, dann müssen wir ihn richtig brechen. Ey, nein, 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 nein. Ich dachte, Russack wäre hinter mir. Ich bin bei... Ich bin ihm hier links. Bro, Bro. Ja, aber da siehst du einfach schon wieder, dass es nicht stimmt, was Army sagt. Weil ich habe ihm gerade gesagt, dass ich hinter ihm bin. Ja. Und trotzdem fliegt er in dich rein, Russack. Also... Weiß ich nicht, Bro. Ich werde einfach jeden sabotieren, weil ich eh letzter ist. Weiß ich, Bro. War aber auch easy Sabotage, muss man sagen, ne? Bro, Bro. Ich sabotiere jetzt einfach jeden, weil ich bin eh letzter. Aus diesem Grund... Nein! Nein! Oh, Polizeiautos! Oh, ey, gelapft! Oh, ey, ich gelapft! Ich war für den... Polizeiautos, ey, gelapft! Ey, Jungs! Wir können doch nie wieder raus! In der Rampe ist leider noch alles offen, weil ich sehe gerade... Ente ist fast an meinem Auto. Hä? Hä? Alter, Russack, bist du doof! Alter! Ey, Ente ist fast an meinem Auto. Ich konzentriere mich grad! Bro, ich dachte ich... Alter, hä? Russack, was war das denn? Nein, werd mich sabotieren, bitte! Nein! Nein, das Boot, werd mich auch sabotieren! Jungs! Nein! Ente hier, du bist ja hinter mir, Ente! Arme, weg von der 1! Oha! Oh, mein Gott! Ente, du bist ja hinter mir! Ja, ja, das war es mal! Ente! Ente, lass es! Ente, lass es! Ente, lass es! Ich wurde sabotiert! Ente! Oh, Ente! Wie schlecht bist du? Reg dich ab! Okay, okay, Ente! 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 Ich sorgte für's letzter bis jetzt! Egal! Ja, Ente, wie schlecht bist du? Und Police Car, first try! Oh, erst mal! Ich mach dich fertig! First try! Wichtig, Leute! Ich guck vor dich! Brrrr! Jetzt wird auch Arme ein bisschen geschubst! Jetzt wird der Arme mal ein bisschen... Ich bin einfach raus, Digga! Am Beispiel geschubst! Ich bin einfach heute Letzter! Ja, super! Ja, aber... Max spricht noch gegen das Ding! Sehr gut! Wisst ihr, warum Großer Gäste ist? Weil man hier nicht wehbläden kann! Ich bin zweiter! Egal! Arme wird ja so durchgereicht, Bro! Er wird ja so durchgereicht! Ja, ja! Ich wurde am Ende so sabotiert! Es ist halt einfach nur ne Glückssache! Ich mach nix! Wenn du auch nix machst! Nein, er war meins! Tschüss! Er war meins! Oh mein Gott! Nein, das Polizeiauto bricht mich! Das Polizeiauto bricht mich! Woop, woop! Das ist die Sound der Polizei! Ich bin jetzt gleich auch, Abir! Alter, Bro! Was selbst Ent überholt dich? Mami, ich find mich so schäbe! Das ist crazy, Bro! Ich bin so weit hier, Digga! Das ist echt crazy! Bro! Bro! Ich bin einfach Letzter! Großer gut einfach auch zu ner Ente! Also wenigstens, beziehungsweise auch wenn ich Letzter bin, ich disconnecte nicht! Das ist schon mal... Ja, das stimmt! Nein! Oh mein Gott! Das stimmt! Amir, hab ich gesehen, wie der gebrochen wurde! Hier brech ich den nächsten! Ich bin Vierter! Ich bin Vierter! Was? Was? Ich... Oh! Stadi, warum stehst du da? Ja! Sehr gut! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Jürgen! Wieso bist du runtergefallen? Digga! Das Auto, das ist kompletter Müll! Das ist ein Polizeiauto! Ja, das ist kompletter Müll! Ich war eigentlich drauf gewesen, aber Brustag hab ich nochmal angetutscht! Ey! Dieses Windrad! Bei mir nicht! Bei mir nicht! Aber krass! So! Tschüss, Max! Digga! Ich bin einfach so weit behind! Checkt ihr, dass das Ente Zweiter ist, Leute! Ente? Ente auf die... Ah! Was? Ente ist Zweiter? Ente auf die Eins! Ey Bro, Ente ist einfach bei mir jetzt, hä? Ich würd' Ente gönnen, ich sag's nicht. Ich würd' ihm auch gönnen, Bro! Ich würd' ihm auch gönnen! Wenn er Erster wird, holy macaroni! Ente auf die Eins! Ente macht weiter! Ente macht weiter! Ente macht weiter! Ente ist seine Hände zu... Die sind gleich fertig! Die sind gleich für das letzte Auto! Nein! Die Jungs haben mich hit alle! Ente macht weiter! Ente macht weiter! Ich werd' gewinnen! Kleine, süße Ente! Mit Süß-Sauer! Ente macht weiter! Bro, Armin, du ekliges Stück Wind, Digga! Du ekliger... Was?! Jetzt ist Ente auf der Ersten! Ente ist erster Platz! Ente ist erster Platz! Ente ist erster Platz! Ente ist erster Platz! Bro, Armin, du dreckiger! Ente gewinnen! Warte, Ente, welche Farbe hast du? Ist das dreckig! Ente ist Weiß! 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 Er ist Weiß! Nein! Ich helf dir! Ja, Bro! Okay, okay! Ich muss gar nicht mehr... Ich muss gar nicht mehr weiterfahren, Leute! Jetzt haben wir... Jetzt haben wir hier... Du hast es hier mit einigen Leuten verscheuert! Ja, hast du, Max! So, okay! Okay! Alter, mach jetzt! Ja, Alter! Guck mal! Jetzt sogar Stani auf dem Zweiten! Ihr Ente! 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 Warte! Warte! Ich muss Stani aufhalten, Ente! Halt Stani und Max auf! Halt Stani und Max auf! Ja, ich versuch's gerade! Jawohl! Stani und Max! Ihr Esel! Ich bin aber noch Erster! Ne, danach kommt noch ein Auto! Nach kommt, glaube ich, noch ein Auto! Ente, du schaffst das! Ihr seid eklige Esel! Ente, du schaffst das! Ihr seid eklige Esel! Marc, ich dachte, du gönnst Ente! Ja, ich gönne Ente auch! Ihr gönnt gar nicht! Ja, doch! Ich gönne Ente, aber ich will nicht von euch sabotiert werden! Ich will ihm selbst gönnen! Nein! Oh mein Gott! Ente, die kleine... Okay! Bro, okay! Ente, respawn schnell! Ente, respawn schnell! Okay, Ente! Für diesen Versuch, Bro! Für diesen Versuch ganz unten, Bro! Guck mal, du hast auf jeden Fall nicht alle und als Gegner! Nein! Gönne ich dir nicht mehr! Ich hätt alle auf! Ich hätt alle auf! Ich hätt alle auf! Wirklich! Alter, du schaffst das, Junge! Ich hab ganz kurz zu Max zu sabotieren! Ich hab Zeit verloren! Ach, du hast also versucht, mich zu sabotieren! Das ist ja interessant, Ente! Bro, ich hätt alle auf, Ente! Ente! Bitte! Bist du der Erste? Oh mein Gott! Oh nein, aber... Oh nein, aber... Alle weg! Alle weg! Schieben, Jungs! Hey, Rostek, Dinger! Mach das Auto weiter! Alter, du schaffst das, Junge! Das letzte Auto ist total schade! Warte, Alter, was hast du für ein Auto? Ich bin ein Bus! Dieser, dieser eklige Chump-Bus! Dieser Ready-Bus-Truck-LKW! Warte, ich lass dich! Ich lass dich, Ente! Danke, danke, danke! Gött mir, Gött mir, Gött mir! Alter, Max, okay! Das wird jetzt auch richtig! Nein! Ich bin weg und vom Messrad! Okay, Max! Egal, du hast Zeit, Ente! Ich hab Max ein bisschen gestoppt! Schade! Also Max, der fühlt mich offen auf! Max ist offen jetzt! Alter, Max, jetzt konzentrier dich, Junge! Okay, Stani, weil wir die ganze Zeit... Weil du mir so Rücken gegeben hast, als alle hier die ganze Zeit auf mich gehen. Es tut mir leid, Jungs, aber heute wird Ente gewinnen. Ich muss es verhindern! Alter! Alter, bitte! Ich muss es verhindern! Ich muss es verhindern! Ich muss es verhindern! Komm zurück! Gött! Ente, bleib am Riesenrad, äh, Windrad! Nein, Alter! Ich bin heute geblieben! Ja! Jetzt, Max, mach das Ding zu, Max! Komm, Stani, wir machen das! Das ist gut! Nö, ich krieg dich runter, wenn ich es nicht... Ey, hä? Ich dachte, wir... Ich dachte, wir... Ich dachte, wir... Ich dachte, wir... Ey, Armi ist mittlerweile... Ey, Armi, der Eklige! Es liegt sich hier auf einmal raus! Ey, Bro, Armi ist ja wirklich dreckig! Die ganze Zeit so... Ente macht das! Ente macht das! Auf einmal ist... Auf einmal ist Armi hier selbst im Bus, der Eklige! Max, äh... Ente fahr! Ey, ich gönn's Ente, aber nicht Armi! Hunanir, Hunanir! Ente fahr! Ente, du musst es schaffen! Nicht Armi! Bro, haut Armi weg! Nein! Nein! Gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut! Sehr, sehr gut! Let's go! Ente, du, mach das! Bist du durch? Ja! 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 Nein! Ja, und nochmal, und nochmal! Ich halte alle auf! Ich halte alle auf! Ich halte alle auf! Ich halte alle auf! Ente! Ente hat's geschafft! Ente hat's geschafft! Oh mein Gott! Ente hat's gewonnen! Ente hat's gewonnen! Oh mein Gott! Wir haben... Wir haben... Wir haben History geschrieben, Jungs! Das wirklich History, Bro! Das ist echt History, Bro! Das ist echt History, Bro! Ja, aber Rusa hat auch die ganze Zeit nur getrollt, Bro! Ja, klar! Ey! Bro! Ey, ey! Seid doch mal Ente! Sehr dank! Ey, wer im Flugzeug ist... Bro, wer ist der unten im Flugzeug? Lass mich doch zu Ende bringen, Bro! Ja, okay! Ist doch eh... Ente hat doch eh gewonnen! Ich sabotier... Ich sabotier niemand mehr, Jungs! Lass mich doch bitte einfach für Seelenfrieden das Ding zu Ende bringen! Ey, ey, aber was... Was ist... Wer ist jetzt eigentlich Zweiter gerade? Amir! Amir? Auch stabil! Ja, wurde aber grad rausgewirbelt! Machst du noch zu Ende, Max? Ich würd's gerne noch zu Ende bringen! Ja, mach's noch zu Ende, Jungs! Sie haben doch noch Zeit hier! Komm! Was ist eigentlich mit Stani? Wo ist der? Bist er durch? Ja, Stani ist... Schau! Nee, ich bin hier! Ich bin hier! Ich glaub, der schaffst du jetzt als Zweiter? Ist der Zweiter? Ich bin der Zweiter! Achso! Digga, Ente! Wuhuuu! 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 Jaaa! Okay, Max ist Zweiter, wer ist jetzt Dritter? Jaaa! 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 Und wir beenden Leute! Eigentlich Erster! Jaaa! Ich bin der Fall als Zweiter! Ente hat gegönnt! Oder beziehungsweise wir haben Ente gegönnt Leute! Lasst ein Like und ein Abo da! Bis dahin, haut rein Leute! Euer Krabels! Halloerlei! Jaaa! Nein Krabels cambiar! Bill mum Untertitelung. BR 2018